Busfahrt auf der Linie 301 von Hauptbahnhof zum Freiberger Ring mit dem Zitaro-Gelenkbus. Es ist der 24.03.2015. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Paulusplatz. Paulusplatz. Tia Park 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 Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Schweiger Straße Schweiger Straße Schweiger Straße Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Hochwaldstraße Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Johann Peter Hebelschule Untertitelung des ZDF, 2020 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 Luftschiffplatz Guten Abend Hallo Freiberger Ring Endstation Wir haben unser Fahrziel erreicht Bitte steigen Sie aus Schuss Untertitelung des ZDF, 2020